gut morgen liebe freunde das ostereis ja heute am ostermontag 2023 haben otti und ich uns was ganz besonderes besorgt 159 gramm 160 gramm 380 so dann stechen wir erst einmal die eier an hier am besten ist von beiden seiten sicher ist sicher und jetzt lassen wir die ganze sache 11 minuten kochen so und dann strecken wir mal die eier ab so 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 frohes osterfest 34 gramm